Das ist der Vorfall, Junge! Was? Scheiß hast du mich? Eure Video. Das ist die allererste Folge, ne? Das ist ein historischer Moment hier. Ja, ein bisschen gepinnt. Was für Deppen! Einer vertroffen! Ja, da ist einer vorgefahren, die sind durch die Baustelle gefahren, die Deppen. Ja, so wie er es sagt. Schön. 20 Minuten. So. Was? Nur 30 Minuten? So, jetzt. Oh! Falsche Spur, Kollege. Das ist eine falsche Spur. Zu spät. Was bist du eigentlich für ein Arschloch, hä? Dieses Video ist für Werbetreibende unter 18 Jahren nicht geeignet. LKW-Fahren muss cool sein, ne? Warte, man sitzt so hoch. Jetzt überholt der bestimmt 10 Minuten lang. Das ist immer richtig übel. Oh nein! 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 Oh mal Bescheuerte! Kein Wunder, dass Deutschland nicht vorwärtskommt. Wenn die alle so fahren! Aber das ist auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe den LKW-Fahrer rechts nicht, dass der nicht eine Sekunde kurz Gas wegnimmt, damit der eine da rüber kann. Da wäre doch der ganzen Welt geholfen. Ja, ich weiß, dann macht das nachher jeder so, aber an der Stelle, der fährt doch jetzt so lange schon dann nebenher. Aber ich bin doch kein Truckfahrer, ich kann das da wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen. Und der Garnings, ey. Ah, ja, da hinterher fährt, ey. Oh nein. Aber jetzt blinkt er die ganze Zeit rechts rüber, also der kommt doch da gar nicht rein! Ich frag mich auch, ob die Lkw-Fahrer sich dann so angucken, immer so in die Fenster rein, also der eine so, und der andere so, und der andere wieder so, und der andere wieder so. Worauf läuft das denn hinaus? Seine Spur endet gleich, oder? Ja. Und er zieht gut durch. Du spinnst doch hier! Hier! Ach, Mann. Nicht gut. 1,50 Meter Abstand? Nee. Mittlerweile sind es 2 Meter zu Fahrradfahren. Ui. Alter! Der Rechts ist auch stur, ne? Hab ich auch gedacht. Keine Ahnung. Aha. Wenn ich irgendjemand jetzt was gebe, werde ich schon ausgelacht, weil es so absurd ist. ja. Ja, ja. Alter! Serka! Mit zwei Motorrädern. Eigentlich müssen Motorräder, also von der Polizei, Blaulicht und Sirene anmachen, wenn die über rote Ampeln fahren. Oder durch Fußgängerzonen. Ich wiederhole, Blaulicht und Sirene. Ich glaube, das ist Dortmund-Borsichtplatz. Da sind die einfach cool. Die können einfach da fahren. Und jetzt? Das ist ein Ufo, oder was? Das sieht aus wie diese Ufo-Aufnahmen hier. Wie heißt das hier? Akte XY hier, oder was? Wie heißt das hier? Nee, Area 51. Auf ProSieben gab es doch so eine Sendung. Als ich damals noch ein Fernsehen hatte, oder ich glaube, bei meiner Mama habe ich das manchmal gesehen, Scully und keine Ahnung, wie die Sendung heißt. Auf jeden Fall sieht das aus wie dein Ufo-Auffeld lang. Aber er hat safe eine neue Auffahrt erfunden. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. Geht ihm gut, Chef. Ach man. Akte X, genau. So ist das. Jawoll. Jawoll. Genau. Ja, X-Faktor. Akte X-EV-S-O-S-Glau. Ja, das ist wie ein Reifen. Ehe niemand verloren hat. Wow. Wow. Ja. Wow, der ist irgendwie irgendwo dagegen gefahren, oder? Ja, okay. Herbert, dem hängt nichts vor, die Stoßstange weg. Nein, Philipp. Der Reifen ist platt. Der da vorne ist ein bisschen angeschlafen. Junge, wir lassen ihn hier einfach rausverschauen. Puh, das ist ein bisschen schweig. Was? Wo ist das Heftige, wenn man es braucht? Ja. Ich hoffe, der ist links gegen die Wand gefahren, denke ich mal einfach. Sie zogst. Der steht wahrscheinlich gerade vor der Schock oder so, ich würde sagen. Oh, was macht denn der? Oh, was macht denn der? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my fucking God. What are you doing? What the fuck are you doing? Guck dir mal den, was macht der mit dem? Der ist die Felge total am Arsch. Junge, Junge. Wow. Wow. Was ist denn? Also. Wer kracht denn an? Der wird wahrscheinlich knüppeldicht gewesen. Der ist so besoffen. Ja, genau. Ich schätze auch, der wird knüppeldicht gewesen sein. Los, Philipp, ey. Und jetzt geht in die Wand. Ja. Ja, voll rein. Alter. Ja, ha, 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 ha. Wenn er nicht geht über die Straße, hat mich ganz interessiert. Das sind ja manchmal. Currywurst. Und jetzt? Ja, ein Foto machen. Das ist nicht 50 Cent oder was? Q-Bass. Sieht nicht schlecht aus, die Gabe. 110. Okay. Okay. Schön. Ihr wisst, wie schnell LKWs normalerweise fahren dürfen. Bist du blöd? Also sowas Bescheuerte. Boah, da kommt rotes Auto im Rückspiegel. Der sieht jetzt schon aus, das wird der, der hat der richtig Dampf und wird richtig pushen. Arzt haben wir ja da gerade nicht gepackt. Ja, genau. Und, äh, aber dann kam ja... Das ist ein geiles Auto, oder? Ui. Scheiße, ey. Oh, boah. Ja, der hat doch nicht mehr alt. Was für ein Überlebnis. Oh. Er fährt aber auch den Monte Carlo Modus. Der ist, äh... Das war krass, der hat den Weißen ja hier geschnitten. Ja. Ja, der hat einige geschnitten. Hast du den gesehen? Da quetscht er sich dazwischen. Zwei LKWs, zwei Kollegen. Ohne einen Abstand. Vorne Meter. Hinten vielleicht fünf. Bei dem Hack zwei. Hack Peter. Ja, der macht auf jeden Fall dicht. Ja, also, das ist auch, glaube ich, immer richtig übel. Weil wenn du so ein LKW fährst und du willst nicht, dass die dich überholen, weil das so eng wird, dann ziehen die halt alle da links rüber, ne? Ach, da kommt noch einer. Guck mal, oh. Oh, der hat den LKW wohl nicht gesehen. Oh, der war so ein kleines. Ach, immer das Gleiche. Alter! Das hat aber nur gut reagiert, ey. Zum Polizeimonat. Das Blaulicht und das müssen die anmachen, um die Wegerechte und anderen Verkehrsteilnehmer einzufordern. Sonderrichter haben sie auch ohne diese. Bildkommander, ja, das ist sehr cool, dass du das da reinschreibst, dann an den Verkehrsteilnehmer einzufordern. Aber, ähm, soweit ich richtig informiert bin, ist das so, wenn die Polizei, so wie der Motorradpolizist da gerade einfach quer über die Kreuzung fährt. Die anderen Autos haben ja grün. Die kann ja sein, dass da jemand kommt, der einfach mit 50 über die Ampel schießt. Dann holt er den vom Fahrrad. Ey, Sina! Ich schätze, der war Kunde bei dem von gerade. Wenn man online richtig einkauft, ich besser tatsächlich nicht, bis ich von diesem Live-Hack namens Piggy erfahren habe. Kauft einfach gar... Ich kauf mal. Jesus, ey. Genau die gleiche Situation hatte der Vater mal. Er ist übel, oder? Also, was ist mit solchen Leuten los, ey? Schade, ich dachte, man sieht noch, wie es ausgeht. Ja, Folge 1. Ey, für Folge 1 war das schon richtig gut, was er da gemacht hat, ne? Ich glaube, die sind ja jetzt mittlerweile bei Folge 60 oder 70 oder sowas mit der Dash Game hier. Crazy. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Zieh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020